Happy Birthday, Balogun Yusuf. Happy Birthday, Zuhir Ali Kaloy. Happy Birthday, Jams Jai John. Happy Birthday, Ramadan Misa. Happy Birthday, Matt Ariful Islam. Happy Birthday, Swarup. Hoi, Happy Birthday, Saruk Khan. Happy Birthday, Farun Chuhan. Und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß. Okay. Oh, die haben dir ein Schiff von mir zerstört. Schweinerei. 4 Minuten warten, gratis reparieren. Das ist gut. Was haben wir hier oben? Abholen. Und Level 3? Nein, noch nicht ganz. Noch nicht mal die Hälfte. Gut, dann werden wir jetzt mal... Oh, das ist ein Schiff ist fertig. Tala? Oh, nice. Mein Schiff ist fertig. Ja. Mein Schiff ist fertig. Ja. Was wurde das? Oh, mein Nachbar wurde auch angegriffen. Das ist doch gut, wenn der Nachbar auch angegriffen worden ist. Abholen. 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 Und das letzte Mal. Abholen. Endlich. 150. Ein Container. Soll ich mir 200 oder soll ich warten? Das ist normal egal. Ist genauso teuer. Und der ist auch genauso teuer. Aber vielleicht gibt es ja dann eine größere Chance, was legendär zu kriegen? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss meine Leute noch abholen, bevor ich hier bin. Erstmal in meiner Basis schreien. Oh, hier Sieg. Meilenstein. Und noch ein Sieg. Oh, Meilenstein. Und noch ein Sieg. Heute ist ein siegreicher Tag. Und noch ein Sieg. Ich war auch schon lange nicht mehr online. Aber immerhin. Vier Siege. Da sind zwei neue Queste. Dann schauen wir mal. Vier. Schauen wir mal an, wo die sind. Oh ja, die können wir als Favorit machen. Ein nächstes Schiff. Hm. Das ist... Wie ist das? Ach, hier. Ein Volga. Hm. Das ist... Drei, sechs. Den habe ich. Zwei, drei. Ein bisschen stärker. Außen Team. Ihr könnt nach Hause kommen. Wart ihr auch lang genug weg. Willkommen zurück. Auf unser Heimatschiff. Nicht Planet, sondern Schiff. Obwohl, das ist ja kein Schiff. Kann man das als Schiff bezeichnen? Die Raumbasis? Ich weiß es nicht. Okay. 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 Offizier. Hm. Mit wem kann ich was machen? Oh. Hier. Aufwerten. Dann. Und zwei. Das war's. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Jo. Das war's. Ruhig rotieren. Das will ich nicht. Das will ich jetzt nicht. Ne. Da habe ich keine Lust drauf. Wirklich nicht. Ne. Dann. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Bauphase Nummer eins. Lager ist voll. Deswegen wirst du jetzt bebaumt. Bauphase zwei. Okay. Forschung Nummer eins. Ich glaube, Forschung kann ich bald nicht mehr machen. Ich meine, da habe ich nur ganz wenig Auswahl. Da einmal. Und. War hier noch einer? Nein. War bei Station noch einer? Da ist einer. Reparatur. Wäre sonst noch was gewesen? Hier. Oh. Auch wichtig. Lager. Damit mir reinpasst. Ja. Resort freischalten. Hm. Auch wichtig. Wenn ich angegriffen werde. Dass ich Schutz habe. Für meine Ressourcen. Ähm. Gut. Dann gehen wir jetzt in die Queste rein. Und werden jetzt zwei Queste machen. Dann. Also. Okay. Die schicken wir erstmal weg hier. Dem genug hier rumgegammelt. Da. Klingone. 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 Und. Nein. Was war denn das gewesen? Vulkania. Klingon. Ach. Ich habe es vergessen. 83. War genauso schlecht. Und der hier. Oh. 96. Das ist besser. Dann nehmen wir den leider weg. Und setzen. Das war Abbau gewesen. Und er hier auch. Oder sie. Ah. Ne. Die ist nicht gut. 97. Ach. Komm. Egal. Diese 4%. Und. 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 Der ist unterwegs. Dann kommt jetzt. DNJ dran. DNJ. 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 Und das stärkste DNJ. Ist. Sieh hier. 600. 600. Ich bin auch weg. Die 10%. Tagesziele. Jetzt. Aus dem Team nicht. Wir wollen nach Missionen. Tagesziele nicht. Nur Missionen. Okay. Verbessern. Es geht nicht. Besiege. Captain. Feindlich. Captain. Feindlich. Feindlich. Oh. Da mache ich über einen Bogen drum. Fließversternbasis. 64. 74. Ach. Ja. Okay. Da kommst du hin. Außer Reichweite. Ich komme da gar nicht hin. Was mache ich hin jetzt? Kommt der dahin? Auch nicht. Mh. Mh. Das nächste. Tritranium. Orte. Galaxie. Heimat. Hier haben wir. Parstall. Oder war es Tritanium. Ist das Zeug hier Tritanium? Jawohl. Gehen wir da hin. Und wir gehen auch gleich da rein. Systemanzeige. sch Epicну. Bes upbeat. Sind dabei. Die nächste Quest. und bitte lasst ihn nicht wieder abschießen den hier besiegen ach ich glaub der war auch 14.000 stark der war ganz stark gewesen er war ganz stark 11.000 war es jedenfalls fünfstellig ich habe ihn nicht andere quest noch was abbauen warte mal da den habe ich vergessen abbauen war das und ja stoppt die bombierung von durch die stefan die stefan und wer von euch heißt stefan wer war das oh meiner stärker aber der ist so stark das ist für mich leider nicht möglich die quelle ich krieg kopfschmerzen langsam kettemprescher eine flucht verholfen verhelfen 16.207 mein lieber scholli normal sind bei mir eine falsche adresse da kann ich mithalten ok dann machen wir diese quest mission in dennevar dennevar wo ist dennevar empfohlen ist level 14 ich bin 14 jetzt muss ich nur noch dennevar finden dennevar 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 wipsi galaxy also es könnte ja eigentlich fast überall sein ja ok und sie haben es gefunden fast überall kurz sechs minuten was kann ich denn noch hier machen in den sechs minuten bauen haben wir fertig das haben wir alles fertig alles fertig kommt ich rekrutiere mach mal doch schau was kommt dabei rum dabei rum und raus was ist in den sarg drinnevar mont gonry hikaru sulu officier 0718 lena lena nicht schlecht machen wir das ganze nochmal weil es so schön war ein bisschen zeit überbrücken neun von elf sevarus wer ist sevarus einer von elf tot fort forteln oh hier ob er war das wer war das scotty scotty wie mich weg wie mich hoch wie mich runter wie mich nach links oder nach rechts aber wie mich helfe ja auch dieser übersprung na ja habe ich aus gesehen alles beschleunigt ja jetzt muss ich hier warten das ist aber lahm ich würde mal sagen wann kriege ich mein nächstes jetzt vor kurzem erst angegriffen ich habe noch das schild aber wann krieg ich die nächste plattform keine ahnung ich denke mal das war's für heute jawohl da sei mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr bei der nächste vorbei seid bis dahin bis dahin viel spaß doch bis jetzt tschüss Bis zum nächsten Mal.